Ich hab doch angeklopft, mann! Loll. Nö? Alter! Hallo und herzlich willkommen zu meiner zehnten Folge von Chaos City. Und mit dabei ist der liebe Küb-Charles und der Flo. Ja, geil. So. Und ich werde verdammt nochmal in dieser Folge zweistellig, was ich richtig feier, Ja. Ich weiß nicht, Flo. Bei 23. Flo ist jetzt, glaub ich, bei 24. 23. Äh, 25. 25. Auch gut. Ich hab jetzt gerade 10 und ich möchte jetzt ein bisschen mehr machen und mir ist in meiner letzten Folge aufgefallen, dass ich mein Haus doch vielleicht mal... Jaaaa! Warte kurz, warte kurz. Ich hab aber 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stacks Holz und ein. Okay. Cube? Kann ich die Minute einfach töten? Nö. Kannst du in der Tat eigentlich machen. Wie ich einfach auch schon viel mehr Holz habe, obwohl ich das einfach nur per Hand gefarmt habe. Wollte ich nur so anmerken, ne? Ich find's immer so cool, dass man die Dinger so in Blöcken machen kann. Das, was du in deinen Folgen gemacht hast. Hä? Finde ich irgendwie, dass man, dass man die Dinger halt nicht alle einzeln irgendwo hinsetzen muss, sondern dass man die, dass man eins neben dem anderen neben dem anderen neben dem anderen, dass es dann so ein riesen Holzblock wird. Weißt du jetzt, was ich meine? Nö. Oh. Oh. Dass ich meine jetzt auch auf jeden Fall eine Elektrozäune. Dass ich meine jetzt auch auf jeden Fall eine Elektrozäune. Alle nehmen in den anderen. Ah, das weiß ich. Okay, jetzt werde ich immer anfangen mit Bauen, Alter. Aber was? Die Verteidigungsanlage? Ja, ich mache Elektrozäune überall hin. Ah, fuck ah, fuck au. Oh. Scheiße. Du musst mal irgendwie ein Schaf oder so dagegen machen, das ist total interessant. Oh, es tut weh. Was? Oh. Ich habe eine voll gute Idee. Sagen wir so, die Verteidigungsanlage funktioniert. Das ist schön. Auch gegen mich, aber trotzdem. Der läuft jetzt, jetzt läuft hier so flosstern und es vorbei so wie mit ruckelig so. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so die kiste dauerhaft geschockt und es macht ja nichts aus ja die kiste ist halt ein entity aber ist halt ein interessanter ente die ich muss euch einmal was zeigen ja ich verstehe die kiste nicht jetzt macht es die ganze zeit so in meiner folge ja auch doch für die micro blogs fortschmeich ja okay bräuchten ist okay hat sie erledigt und die kiste jetzt hören oder so ich mache irgendwas falsch wo ist das geil ich muss zeigen getätigt gewissen ist auf dem grundstück aber ja ich muss noch mal ein grundstück ich muss die kurz das richtig geiles zeigen scheiße blöde elektronik so man braucht dafür wirklich sind ja um achtung diesen gegner achtung 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 den gegner um ein gott zwei games wir haben angegriffen und ich wurde geportet misst ja ja immer geboten negativ die achtung ich setze mal hierbei die auf dem grundstück vier blöcke vier blöcke stehe ich nicht jetzt look at this siehst du diese vier copies donia ja fack pass auf guck dir das ein carpenters blog siehst du das alter wie geil sieht das denn aus ja eben ich das ist ein job und so geile werke blocketen kürz damit kann man so geile wege bauen guck dir es mal an das sieht so fett aus wie hast du das gemacht mit einem carpenters hammer hier guck zack und das sieht echt cool aus dann kann man einfach hier so drüber laufen dann kann man auch noch hier alles möglich ich glaube das geht auch oder ich will jetzt mal sehen was jeder macht gerade auf jeden fall kann man da gras und sowas rein tun das sieht so geil aus aber ich nehme es wieder mit er nimmt es wieder mit bevor dingens jetzt kommt ja dann tschüssi ok das hast du du hast die geschlüsselt deshalb sind die kurze ja in der tat ey erst anklopfen achso ok erst anklopfen nicht kaputt machen anklopfen ich hab doch anklopft mann halt jetzt noch mal wie heißen die dinger selbst noch mal offen ja eben warte mal eben nicht auch mal gegen laufen gehen wir weg ganze seite wie viel schaden mann ist jetzt nicht mehr gegen laufen laufen lauf mal ohne rüstung dagegen kipp ok ohne rüstung ohne rüstung nein Alters hat ihn nicht schaden noch mit rüsten alter er stellt einfach überall elektro zu lassen so ein komplettes grundstück mit den dingen das mache ich gerade bei meinen ich mache meinen ich habe übrigens eine ich kann ich kann ein grundstück sichern kostenlos das anhört wenn du die dinger setzt ohne witzig sagt ihr einzig sterb daran jetzt noch was der grundstück ein zombie ein zombie hei komm raus komm raus und jetzt lauf gegen elektronik was dagegen laufen die dinger sind nicht so cool so sieht das aus oder kann man kann man das machen oder die kiste die zombies die zombies die sterben einfach daran wie geil hey zombie komm komm mal her ich komme einfach zu nichts in meinem leben ich würde gerne durch jedenfalls ich gehe jetzt mal ganz kurz in den meter benutzen portal von benny und zwar möchte ich mir einen meter fernis machen dafür brauche ich ein bisschen ich komme nicht mehr raus ich habe keine spitzecke mehr was brauchst du dafür nur netherbricks kann bringen welche mit ja kannst du falls du eine blaze siehst du mir einen blazerotten mitbringen bitte ich brauche nur eine nein wo soll ich denn eine volle gegeben ja wo soll ich denn wo soll ich denn eine dinges hernehmen falls du siehst ich sehe keine ja hier kriege ich eine spitzecke dann helfe ich auch abbauen aber ich habe keinen ich habe schon können wir kurz wenigstens schlafen weil ich würde gerne einen tag bauen ob man so ich bin jetzt wieder sich jetzt wieder zauern weil das ist mir zu und dann gehen wir auch gerne dann gehe ich auch gerne ins bett es ist also ich bin kein problem ich liege im bett und dir kommen ich lege auch im bett bei benni aber ich gehe lieber in mein bett weil wenn ich war schon in dem bett und ich weiß nicht was du da schon gemacht hast stinkt sie aber ich habe halt einfach angst ich gehe mehr elektro zu machen ich habe halt einfach vor ebola und so ich habe übrigens noch ein elektrozaun von meiner haustür stehen das ist nicht cool liegt im bett warte noch nicht ich liege im bett ja ich bin durch meine haustür an meiner lecken durch den weg da hat er wird etwas geschockt noch die ganze zeit ja ich liege doch auch im bett hallo jetzt sitzen monstern jetzt kann ich nicht mehr gehen toll ernsthaft die gebrauchten mit dem los jetzt kommen so auch schlafen die alten der monster sind in der nähe ja dann disconnecte auch nö und das ist in der nähe wenn ich jetzt nein wir machen jetzt bei nacht weiter überleben dann diesen hardcore nein komm das alles wenn ich bin 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 da war da ja er war da im moment ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da neben mir und ich weiß auch wo die sind aber das egal nein nein bleibt liegen ich liege warte kurz warte kurz ich bin jetzt auch im bett nein guck mal wie lange es braucht einfach zu dritten ins bett zu gehen das ist krass warum heißt es ist es wird trotzdem nicht tag kann einfach mal slash times that day machen nein wir liegen alle drei im bett und es geht einfach nicht times that to null punkt aus so das war jetzt back using auf höchster auf höchstem niveau und jedenfalls man kann sich mit nether bricks genauso wie mit normalen stones so nether furnace machen der hat einfach die doppelte beziehungsweise der holt das doppelte aus dem zeug raus wie normal zum beispiel was ich weiß das weiß ich sogar das ist krass das weiß ich das ist krass dass man zum beispiel mit einem holz kann man ja 1,5 sachen brennen du kannst allerdings mit dem nether furnace dann anstatt 1 3 genau kannst du das doppelt und ich habe ehrlich gesagt vergessen na dann komme ich mir vorbei und hole mir ein paar nether bricks ab oder kann ich diese diese ganzen technik sachen einfach abbauen mit der spitze ja oder ich würde nicht davon ausgehen hat bei mir geklappt also zumindest bei dem genau der das hat geklappt bei mir das hat funktioniert so oder ok den steam dynamo kann ich den einfach so abbauen ja alles von diesem mod also alles was halt maschine ich komme jetzt nicht auf sein grundstück weil ich keine spitze gehabt und hier steht so ein richtig fenster vor ich habe irgendwie verdammt viel sand unter meinem grundstück fällt mir gerade auf wo bist du und die manns genetik sachen kann man auch einfach abbauen oder weiß ich nicht probier es aus ja aber ich möchte ich bin lol was war das gerade von sound wieso hat er wie gesagt habe ich denn aber ich brauche so wie sein das ist das problem hä 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 bist du du bist hier oder dem grundstück ich bin schon mal ein grundstück als mehr oder weniger unter meinem bis höchstens oder teslos glaube ich bin unter meinem grundstück also mehr oder weniger ich bin schon unter der stadt aber ach da ok jetzt habe ich erst mal gesehen die oberklocke nein ich will den zwei bezeichnen für mich näher war ja auch warte kurz ab 1 2 3 4 7 8 19 11 2 schreiten hier ist ein bisschen netherwick ich habe gerade keinen pickaxe dabei für dich da haben wir jetzt gerne hier hier ist sand und ich gehe mich jetzt vergessen ok und ich habe so ein verklaut das war mein schwert ok da ist so verklaut für dich ich weiß nicht ob das jemals brauchen wir es und auch nicht für was aber so ich glaube was ist das hilfe ich stehe einfach wurden wurden ich stehe an dem eingang was soll hast du bitte gemacht ja das hat man gesehen mit stolz auf dich ja dankeschön so das wird wieder diese unproduktive folge und produktiv also ich bin produktiv ich bin das erste mal richtig richtig dabei mein haus zu bauen ja ich auch sand zu fahren ja vor allem habe ich das haus schon fertig und weiß das nicht mehr was ich mache ich muss echt einen plan anfertigen ohne witz in der tekst mit so viel zu machen und du weißt nicht was du machen willst ja das kommt also ganz einfach was ich hier haben kann die einfach mal ein single player und guck einfach mal die kompletten sachen durch guck mal also dieses komplette nachdem auf items habe ich auch gerne ich habe jetzt eine idee was ich machen kann aber also diese elektrozaun irgendwas wird die ganze zeit geschockt geschockt dauerhaft ich muss sagen ich feier diesen elektrozaun auch das geht sogar schneller ich weiß nicht doch nicht schneller egal so des brauchen wir noch das glas so wo es meine ach leute wisst ihr was das leben ist hart mit diesen menschen hier finde ich auch wenn ich auch kommen ist ein mangel einfach manne habe das auch ist so krass mittlerweile jetzt nicht mehr aber ich habe mich gerade übelst über diesen elektrozaun erschreckt wegen diesen leicht verstörend aber naja leicht nur leicht ganz leicht aber ich habe eine bessere idee ich habe voll die krassen ideen alter ich liebe microblocks ja microblocks sind schon cool aber es gibt noch einen coolen und zwar den kapitel box macht jetzt denkst du bist cool oder was denke ich nicht nur dann weiß ich jetzt richtig abgehoben wie macht man sich einen hart kannister also aluminium schult apple so ein mt kannister und mt kannister machen weiß dieses kisten sortiersystem heißt nein aber ich habe darüber ein tutorial gemacht habe jetzt ja mittlerweile keine ahnung mehr wie das funktioniert cool danke kannst du auf den kanal gucken ja kannst du machen ich weiß ja nicht was ein problem ist einfach in richtig vielen folgen einfach tutorials guckt was ich habe einer folge in zwei mindestens auch nur weil ich nicht wusste wir waren genetics ging was geht es überhaupt nicht einfach in der folge hatte so ja ist es also wie schlimm wenn ihr es uns auch hört das ist das tutorial ja total weil ich immer vergessen habe ich wollte ich immer erkundigen habe es aber vergessen habe ich mal nebenbei die andere habe aber ohne ton halt nimmt und dann ist nicht mit tun ja aber das macht auch keinen sinn und deswegen habe ich meine idee gegeben ja benny also denn was hast du eigentlich für die den zombie gehen also dass ich das ist ein zweier bundes schafs gehen okay uninteressant deine mutter interessant ist hier im mobbingkreis hallo mein name ist ingo und ich werde gemobbt als mauling kann man bitte vielleicht irgendjemand zu mir kommen geht nicht ich brauche holz ab wenn dieses eine hier das ist nämlich ein bisschen komisch oh mein gott die bäume wachsen schneller als dass ich sie abbauen kann habe ich so das gefühl welche weil die die micro blocks sind sind dunkler als das ganz normale holz ja das ist immer so dass auch bei mir beim beim projekt so weil da gab es auch diesen micro blocks mod und das voll hässlich aber ok ist ja jetzt haben sie sich an und fernsehen das ist immer cool das ist natürlich kann man einen toilet mit euch quasi schauer ja wie gesagt damit man kann sich so geile sachen damit einfach bauen und ich baue jetzt einfach punkt ja ich baue jetzt punkt aus ich weiß nicht ob ich es gemerkt habe aber das mache ich jetzt ich muss sagen es ist schön dass jetzt ein bisschen ruhe ist nach der kompletten eskalation hat den eskalations eskapaden die wir hatten ich höre gerade musik so richtig chillig so er bekommt einfach einen strike auf seinem video ja ich höre ich meine musik mehr bei meiner jukebox hier und da stehst du einfach stehst du einfach in deinem haus muss keine musik mehr hinterlegen du kannst einfach nur so appell musik hören so ich habe hier schon ein klo häuschen gemacht also da kann man auch schön die dubstep gun werde ich mir als nächstes machen weil damit habe ich als munition kommen nur redstone ja oder für die ganz normalen dubstep gun ja ist das gema freie musik ich weiß es gar nicht weil da gab es manchmal so ein paar probleme ich glaube das ist nämlich geschützt also jetzt ich glaube das ist nämlich geschützte musik also mich würde es interessant finden aber es gibt doch irgendwie dieses 30 sekunden regel also dass das man musik die unter 30 sekunden einbinden kann oder war das nicht irgendwie so ich weiß es gar nicht mehr was das ist wie die zehn sekunden auf dem boden liegen drehen oder was das kann man auch echt hin das kann man auch echt hin wahrscheinlich sehr wahrscheinlich so und zwar machen wir hier so eine schöne fensterfront genau weil die carpentersblocks kann man instant zerstören das ist sogar mit einem diamantachs das heißt ich könnte mein haus also wenn ich mein haus baue dann kommen wir zerstören einfach mit einem klick das hört sich cool an und ich glaube danke für diesen tipp wenn wir irgendwann mal irgendwie mal irgendwas passiert in diesem projekt ich weiß wie ich mich rächen kann also du kannst wenn dann blöcke drin sind glaube ich nicht mal im zerstören aber wenn die nicht drin sind dann kann man das süß schnell zerstören weil man sieht das über ist das überhaupt cool so wahrscheinlich gar nicht überhaupt cool so wahrscheinlich ist es voll blöd mein schafe kann jetzt frei lassen da ich eh keine schaffe mehr brauche ach warum brauchst du denn keine schafe mehr verstehe ich nicht ich auch nicht ja ich habe kaum wolle ja ich auch nicht ich brauche ich ich verstehe wie ich habe ihn so tun muss an die ganze schafe weg wenn du keine wolle aus ich verstehe ich verstehe ich habe so nett im auto aktivator und er kann einfach ohne dich so wolle sammeln aber er ist so langsam kann man ihn irgendwie verschnellern wisst ihr wie es ihm einfach immer noch zu langsam ist und ich wolle aber nicht so langsam da muss doch was besseres her ja super ja na klar schön ein bisschen nicht was gut ist doch ich okay ja aber die fackel habt ihr eine ahnung wo man necromatic bones herbekommen ja von böse skeletten ernsthaft ja das ist auch übel selten doch ich war es viel spaß also die wir was gerne sonst kann man irgendwann so bauen dass man die einfach nur fahren kann das weiß ich ja das dauert ewig glaube ich na so lange dauert das gar nicht das hat nämlich auch gemacht kann es sein dass es irgendwie ständig nacht wird hier habe ich auch das gefühl aber da ich drin arbeite ist mir ist egal und wir sind jetzt gleich übrigens wieder bei 20 minuten die 19 minuten und 12 sekunden ja kann er wieder mit seiner toleranzgrenze und will das bestreiten hier ja ja im prinzip können wir eigentlich wir protestieren gegen die toleranzgrenze wir protestieren wir treten wir treten in streik nennen so ich brauche das hier das hier und eine dusche baue ich jetzt das wird auch ziemlich gern und einfach eine dusche ja ich brauche doch quats hinein jetzt aus für die toilette auch block auf quats nein schauer hat so viel schauer hätte aber für eine schauer direkt daneben und ein schauer dann musst du raus gehen wird regnet warum hier steht einfach eine tür auf sterben sterben der bestes deutsch ab sterben so und ich hätte mal gesagt ich werde meine folge dann jetzt gleich in dieser stelle wenn ja wenn es euch denn gefallen hat dann lasst doch gerne eine bewertung da nein wenn ich dann konstruktive stinger und dislikes bei den anderen also ich bin dafür gibt es ein elektrozaun elektrozaun gratis elektrozaun geilo ok würde ich sagen sehen uns in der nächsten folge wieder vielleicht wieder mit diesen typen ich weiß es nicht wir werden sehen warum denn so schlimm ja ich will duschen bauen hier das kann ich nur allein das privatsphäre privatsphäre ja als hättest du irgendwas zu verstecken ja was das ist ein penis alter hier ist eine hexe gewesen die hat mich jetzt vergiftet was für ein penis so warte warte ich will jetzt ich will jetzt warten bis hier ist marvel nice 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 okay alles klar das wäre es gewesen ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ah 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 hilfe vier herzen und ich bin immer noch vergiftet nein lefte doch einfach warte kurz und okay ich habe überlebt so oh man er ist gelöftet naja gut okay das heißt gewissen haut rein bis zum nächsten mal tschüss